Der Mann ist so wichtig, er hat mein Zeit, mein Geh, macht euch keine Sorgen, ich hab ein gut armisches Gedicht. Ich bin Gott. 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 Der Gutausseher hat auch der Haarbein bei dir. Der Einfall ist normal. Ich mag ja, wenn's Haarbein schuss. Jetzt ist nur sie da, ein Held. So will der Wien, Freunde, tschüss, tschüss und und ein Mühchen und alles gut und so, ich hoffe, ich bin schon der Einzelperson, der sich wirklich vorst. Hoffentlich hält das auch und wie ich jetzt kein Schauzeug auf So meine Lieben, 40 Meter waren aber es war ganz geschimpft, locker vor locker. Ja, meine Liebe, dann will ich dir nicht sagen, gar nicht lange schnacken, komm, in ein Gehen, fangt den ganzen Experitieren, ready to do for your love for your love. Ja, ja, ja. Ja, weil sie wollte sie nicht mehr raus, Schatz. Zack, sie weinschüttelt mit dem Kopf, sie will aber mal. Wir haben aber mal, wenn das, meine Lieben, das war jetzt das kleine Geröbel in den Magen liegen. Aber es stellt auch da ja was an, wenn es fest ist. Ihr wolltet den Magen durchbruch und den gibt es jetzt. Vielleicht weint es auch, weil sie da als Volk hat, dass man auch schafft. Lächle doch mal, ich bin bei den Leuten schon. Wenn du später Kinder haben willst, dann ist das hier gar nichts, Lüge. Götte, außer man macht einen Geiserschnitt, dann geht es. Ich hab ja auch mal so einen Geiserschnitt mitgemacht. Hör mal, ja ich spiel auch einen Lüge, dann geht es los. Ready, steady, an voll mal mal, ich mache schon mal, ich mache nichts. Jetzt geht es auch, hey, I'm going to finish. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, das ist barrackst . Die Marysha. Ja, 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 ja. Ja, das Nachricht vom Anführer aus Kiel ist hier. Jetzt muss ich erst nur beruflich quatschen, bevor ihr da oben wieder runter dürft. Der Daumen sind zwei Frauen anfangs zu rufen, das war ein schönes Haarer Wasser und dieser wird dann auch ein bisschen. Das ist ein Schreier. Ja, das ist ein Schreier. 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 Das sind ein Schreier. Wenn man hinten sitzt, wie gesagt, den Neuen, jetzt, meine Lichter, kommt das Liedertier. Sinds für ein Verrechtlichsein, sieht man nicht nur der Anlage, sondern auch noch Kölner und den Kölner Tod. Und was ist noch schlimmer, wenn man blieb, da sieht man Düstburg mit seinem schönen Atomkraftwerk. Und hast du besser empfangen? Ich hab's in Hänge, Oma. Ich bin mit deiner Freundin hier vorne, in der Insel. Nach vorne ist der Ausdruck, nach vorne ist der Ausdruck.